So, meine lieben Zuschauer, hey, da geht's wieder weiter bei Pokémon Stadium 2. Ist das nicht episch oder was, Alter? So viele Comments auf den letzten Part bekommen. Erstmal zwei Minimis-Spiel, wo ich es Sieg heute auch wieder erfüllen möchte. Und ihr habt ja diskutiert über mögliche Sachen und noch mehr Sachen, die ich noch nie gehört habe. Was ich denn in meinem Gold, Silber und... Oder, also oder, nee, nicht und, sondern oder... Äh, wann machen könnte, halt gelesen, äh, jetzt muss ich mal resümieren, ganz kurz die Comments. Äh, mein Team ist gut trainiert, ich werde dir eine Lektion erteilen. Ja, mach mal, Kollege, kannst du gerne machen. Ich verfrühschicke dich hier gleich neben, äh, neben Tür und Angel und dann, ja, kriegst er aufs Maul. So sieht sie mir aus. Also, Mock, Mock, Smock, Horn, Rie, Floor, Bieser, Bock, Ar, Loster, oh, bist du der Letzter oder Loster? Und, 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 Stossau. Könnte, könnte hier irgendeine, irgendeine Dörfchen im Osten sein, wenn ich ganz ehrlich bin. So, äh, was nehm ich denn jetzt hier? Irgendwie sieht es nicht so prickelnd aus hier, wenn ich ehrlich bin. Oh, nicht sehen es jetzt prickelnd aus, so, fertig, ähm. Ja, Psychokineser habe ich schon mal licht. Könnte gut bringen, bringt gegen zwei Pokémon, bringt es richtig gut was. Aber der Rest ist ja auch so physisch irgendwie, und das ist doch doof. Wen nehm ich denn da jetzt, zick, aufschuldig. Hm, das könnte auch funktionieren, weil es natürlich auch gegen meine Pokémon nicht schlecht ist. Und gegen die, na, da habe ich gut gesichert, also. Hm, 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 hm. Ich weiß jetzt grad echt, ne, und, na, das bringt, könnte auch was bringen, ja. Wo auch nicht gegen alle. Hm, du könntest richtig gut reinzimmern, glaube ich. Du könntest hier richtig was bringen, Kollege. Du würdest hier alle umfetzen. Aber der Halki, der zerfetzt doch sowieso alle. Das ist doch keine Kunst, mit dem all zu zerfetzen. Mit wem ich eigentlich nicht so richtig Lust habe, hier ins Rennen zu gehen, ist irgendwie die Donau-Belleher. Der bringt mir irgendwie nicht so gut was. Ja, gut, gegen Wieser-Flor vielleicht und gegen Austaus, aber das war er dann auch schon. Hm, Ariel könnte auch gegen drei Gegner ausspielen. Hm, Chiroxa ist ja gut, wäre gegen Gift voll immun und so, ne, aber gegen Stahnos könnte er gar nichts machen. Gegen Austaus könnte es gegen Eis, naja, da könnte es so halb-halb laufen. Flor Bisa, da pflanze ich auch gut geschützt gegen und Hornrie, da könnte ich mit einer Metallklau-Ori-Zone ordentlich zu richten. Wie fragst du, was mach ich jetzt denn? Ich glaube, ich fange mit dir an, Nick, mach mit dir weiter und höre letztendlich mit dem Trumpf der Trumpfe auf, falls ich ihn dann brauchen sollte. Und ich habe jetzt in den Comments gelesen, ja, NF-E-One. Da musste ich erstmal über den Lever in die Comments selber fragen, was ist ein NF-E-One? Habe ich mir jetzt erklären lassen. Not fully evolved, also nicht voll entwickelt. Also Pokémon, wie zum Beispiel, ja, jetzt darf ich zum Beispiel nur einen Funkano benutzen. Ist das, hm, nee, das ist überhaupt nicht mein Stil, da Pokémon von der Entwicklung abzuhalten. Äh, das ist, wie seht ihr, wie seht ihr, oder Low Ones, ja, da spielt man, wie seht ihr, wie steckt mir das vor? Spielt man da mit 6 Kappa draus, oder was ist los? Pfff, Leute. Also, ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut heißen kann hier. Wieso habe ich, äh, ich habe gerade falsche Pokémon mir gegenüber hier. Aber gut, troll, doll, ich sage erstmal Sonntag, ne? Dann warte erst mal, Kollege. Das letzte Bier ist noch nie geschlürft, Kollege. So sieht's aus. War das falsch, davon zu wenden? Ja, das könnte durchaus sein, weil meine, ja, meine Sonne wird dich ganz schön ausbremsen. Und, äh, ja, Akani steckt's ganz gut weg eigentlich. Und ich hingegen kann jetzt einen super Sonarstrahl loslassen, der voll cheated ist, aber ist mir doch Bordane. Mittlerweile kann Akani Sonarstrahl lernen. Also wir springen mal immer, wenn der Sonarstrahl einsetzt. Mal kurz in die vierte Generation. Ist also alle dufte, Leute. Das soll ja noch nicht beirren von dem bisschen Lila-Schrift und so. Das ist aber... Philipp hat, äh, nee, also so ein Lohmann mittlerweile, ja, da fass ich mir an den Kopf, weil ich so, Alter, habt ihr sonst keine Hobbys? Also, einfach mal so, ich muss ja sagen, ich hab auch schon mal, wie ich überhaupt auf diesen Nasselok-Kram beschlossen, soll ich mal erklären. Ich hab das schon ein paar Mal in Videos gelesen, weil ich immer, immer in Zusammenhang mit Pokémon, ich hab mich nie genau informiert, weil ich dachte, ach, was weiß ich, was das für ein Kack ist. Irgendwie, ich hab im ersten Moment gedacht, das ist so ein Hack wie Pokémon Feuergrün, gibt ja ganz viele Hexen, die haben ganz viele komische Namen. Da dachte ich so, Nasselok, ein Pokémon ist bestimmt irgendein Hack oder so. Und dann hab ich ja damals bei Sui da drin geguckt, da hab ich ihn jetzt play gesehen, da hat er erzählt, irgendeine Folge, deswegen, oh, einen Beleber brauch ich ja nicht. Ich sag, hey, man braucht doch immer einen Beleber bei Pokémon irgendwo. Weil, man will da was, äh, wieder beleben. Und da hab ich, äh, dann hat, wieso, wieso, hä, wieso ist denn bei, na, und dann hab ich natürlich gesehen auf das Spiel, und so, mal los, ein Spinn-Hack und so. Und da hab ich mich natürlich mal genauer informiert, ich sag, ah, das ist also ein Nasselok. Ich wusste echt vorher nicht, warte das. Ja, und dann musste ich sagen, dann dachte ich so, och, holst du mal privat aus, ne? Und deswegen mein Interesse, ne, für, ich hab jetzt, ähm, ein paar beschrieben, naja, ich fände ein normaler und besser. Und ihr habt ja auch recht, jetzt, wenn ich Gold, das mache, und in, äh, in Rubin und Sofia, oder ich wahrscheinlich Smaragd mal sehen, hab ich sowieso auch nochmal vor. Also eigentlich doppelt hintereinander, würde ja auch keinen Sinn machen. Also vielleicht wäre es einfach, einfach wirklich, ähm, Kristall oder, ich weiß ja nicht, welche Edition ich spiele, selber zu zocken, ich werde wiederkommen, ja, mach mal, Kollege, kannst du gerne machen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht wäre es besser, dann wirklich die zweite Generation doch nochmal durchzuspielen und, äh, den ganzen, äh, Challenge-Kram auf, äh, die dritte Generation zu verschieben, weil, da möchte ich sogar gerne, äh, das habe ich auch wirklich, äh, schlussendlich von, äh, von, von Sui gelernt, vom lieben, vom lieben guten Sui, weil, äh, das habe ich auch voll, 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 war das noch nie irgendwo gesehen. Äh, wenn man, äh, bei Smaragd gibt's, äh, kann man die englischen Roms randomizen, heißt, da kann man jedes Pokémon überall, oder fast jedes Pokémon übersehen, da werden die Pokémon, selbst Starter oder Legendäre, einfach nur auf irgendwelche Routen verteilt, und das finde ich ganz witzig, weil da kommen, äh, gerade wenn man es denn wirklich in der Kombination mit den Nuzlocke spielt, weil man da ja durch die Route nur einen Pokémon fangen darf, und da kann Kombination rauskommen, ich finde die einfach nur duft, oder das ist einfach nur lustig. Ich habe das selber zugesehen bei seinen Livestreams, und da kann ich euch nur empfehlen, da auf jeden Fall hinzukieken. Und Livestream, ja gut, ich habe, äh, auch in die Comments gelesen, ich finde es cool, wenn, äh, Nuzlocke ein Livestreamer, weil man da halt auch nicht cheaten kann oder so, bei Parts, da kann ich auch offskillen und einen Kiki-Fax machen. Aber, so bene bin ich doch nicht. Ich bin doch, so nett da. Ne? Also, ich glaube nicht, dass mir da irgendwie die misstrauen oder so, dass wenn ich irgendwie offscreen trainiere oder so, muss man ja bei sowas auch, weil ein bisschen Risiko ist immer mit ein bisschen Leveln verbunden, und da tut man halt, ich nehme jetzt Hulkinator jetzt einfach schneller mit. Äh, nebenbei nehme ich noch dich mit. Ich glaube, das könnte auch mal bei dir verbringen. Ich hätte auch machen können, aber dauert ja noch länger. Hulkinator ist hier die kurzeste, die schnellste Variante und Chaneira die langsamste. Wo Chaneirisch, äh, wie viel epischer ist, ne? Nami rockt die doi alle. Das war voll Porno. Aber gut, Hulkinator geht schneller. Und ich, wie satt überlege ich. Da möchte ich gerne Smark wirklich diese Ecke machen, weil ich fand das so geil. Also, oh, das machst du auch mal. Das ist so geil. Ist auf Englisch, da kann ich mein Laien Englisch wieder an die Leute loslassen, dann kann ich mir richtig wieder schön mein Denglish spielen lassen. Ja, da freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Aber in zweiter Generation kommt natürlich die Reihenfolge nach erstmal vorher. Und irgendwie, da habe ich, als ich mal, ich habe es mal irgendjemandem erzählt, wenn ich mit irgendein Abonnenten auf Facebook-Club grummeln labert. Da ging es auch darum, zur dritten Generation gehört ja, der komische Ableger hier. Den kenne ich eigentlich nur von Lordy. Diesen, ich glaube, wie heißt das? Na, das Dungeon-Ding. Wie heißt das denn bitte? Gott, ich komme gerade nicht drauf. Team Rot oder was? Pokémon? Pokémon Mystery Dungeon, ja, so heißt das. Oh, ich stecke mal eine Zunge rein, du Lappen, Alter. Ja, setzt das hier hin. Das ist wie so ein Babyfrosch irgendwie. Was ist der überhaupt für ein Typ? Ist der nicht nur Wasser? Alles sehr super. Ich glaube, ich setze mal Steiner rein. Und, nee, meine Frage dabei war, ähm, wo war ich gerade stehen, Lügen? Äh, das, genau, da hörte noch diese Mystery Dungeon dazu, da kenne ich nur von Lordy, der das früher immer hier auf dem Gameboy ordinal neu gezockt, da dachte ich so, was ist das denn? Weil er immer gesagt hat, ich habe ein cooles Pokémon-Spiel, willst du mal sehen und so, da hätte ich gesehen und dann gesagt, das ist Pokémon, das ist ja schon anders aus. Ich kenne mich in dem Spiel überhaupt keinen Tick mehr aus, muss ich ehrlich sagen. Das wirkt für mich so wie, ja, auch wie rundenbasierte Action-Strategie, aber irgendwie auf einem ganz anderen, auf einem ganz anderen Level irgendwie. Das ist irgendwie komisch. Wie sieht der nicht? Ich muss das mal ausprobieren, privat für mich. Jetzt mal ganz kurz anzocken und wenn das was für mich ist, dann würde ich sagen, kann ich da durch das mal als Display machen. Weil wenn es zur dritten Generation dazu hört, dann überhaupt nicht, ne? Kannst du ja auch noch so viel Wasserschwäche gegen mich haben? Mein Surfer hat mir nicht nur die Hälfte abgezockt. Ah, Hulkinator macht seinem Namen aller Ehre. Er terminate hier alle in seinem Hulkinator-Style und da kommt ein Landtort. Ein Landtort. Ja, ist ja schön, dass du Wasser bist, da kannst du ja jetzt ja voll Glück mit haben oder du kannst jetzt Pech haben, dass ich die Flinkklaue greife und ich mit dem Erdbeben dir leider zuvor komme und diesen Angriff wirst du nicht überleben. Frisser, du Spaten und Tschüss, Mann. Kapuzkatschaft. Oh yeah. Ö, was zum Kuckuck. 10kp? Willst du mich verarschen, Alter? Oh, 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 nein. Oh, das tut ganz schön weh. Musche man mal sagen. Nein, ich hab nicht Muschi gesagt. Musche, Musse man mal sagen. Musche man mal sagen, ne? Das ist nichts mit dem, was zu tun, was ihr vielleicht denkt jetzt hier, ne? Und ich fange schon wieder an. Bin ich echt schneller? Weil das wundert mich, weil Harkeyonator ist nicht so die schnellste, äh, schnellste Pokémon. Landtort, ich weiß ja nicht, wie schnell ist denn das, ich weiß, dass das viele, viele Kp hat. Und ich weiß nicht, weil Pokkmon nicht so viel. Außer dass ich es mag, weil Landtort ist sowieso süß. Ich find Lampi so süß. Jahrh, ist ja gut, Mann. Chill, da rein. All die Dufte hier, all die Knorker, Alles saftig, knackig Perfekt, extra Continuum Schwing, gewonnen Und ich bin dann echt noch am überlegen Wie ich das mit der Generation mache Weil irgendwann müsste es natürlich auch nach der Generation Muss natürlich auch auf die vierte Generation kommen Ja, das würde dann mit dem neuen PC einhergehen Wo dann Diamant, Pearl oder Platin zocken würde Und irgendwann möchte ich auch gerne mal Noch mehr Hacks zocken Habt ihr euch schon mal gehört Da gibt es irgendwie einen Hack, der heißt Bloody Platin oder so Da soll man auch alle Pokémon fangen können Zu festgesetzten Routen Aber auf bestimmten Nee, zu festgesetzten Prozenten Auf bestimmten Routen Und die Arena-Kämpfe und so Soll halt extrem schwieriger gemacht sein Das ist ja auch ein Wunder Weil man halt die Pokémon sich ja mehr oder weniger Direkt indirekt aussuchen kann Was ja schon ein bisschen scheiße ist Wenn man mal ehrlich ist So, was mach ich denn jetzt hier? Also ich hab schon wieder Pokémon im Auge Das würde eigentlich super funktionieren Aber Da rastet ihr doch jetzt wieder aus Ich hab den Hygien ja da schon wieder benutzt Aber einfach mal Kann ich hier Pokémon hier trollen? Guckt euch das an Trauen Fugil, Knirscher X-Bud, Steinhagel Gänger, Erdbeben Nachthara Wuchschlag Kramurg, Steinhagel Ross, Harner Da kann ich alt mögliche benutzen Da kann ich Gegen Psycho Kann ich Unlicht rausklatschen Da kann ich Gegen Steine rausklatschen Das ist auch sehr effektiv Da kann ich Ich kann vor der Sieg aufnehmen Also eigentlich kann ich Hier Pokémon mit dem Vieh dauernd fetzen Das ist voll fies Hm Hm Pfff De-de-de-de Komm, nehmen wir dich mal wieder mit Und dann werden wir noch lange nicht dran Du machst auch noch lange nicht dran Und dann nicht Wir werden noch mit Ist da jetzt, Herr Oma Banane Es ist kalt Und jetzt ist es müde Es ist ätzend Bist du bereit Für Runde Wach werden Yeah, boah Riesenbildschirm Ich versuche Mein Bildschirm ein bisschen zurück Schieben Ich werde nur blind hier Und wie gesagt Ich werde das noch Aber ich würde echt gerne Meine Nasslauch-Challenge machen Irgendwie mal richtig live on Ich frag mich Ob ich wirklich noch Die Moral aufbringe Meine Pokémon Wenn sie dann wirklich sterben sollten Auch wirklich abzugeben Ja, ich hab da noch ein bisschen so Ja, ist ja wirklich Ein moralischer hoher Wert Dafür die durchzuziehen Und zu sagen Nee, lass jetzt nicht da auch Oder mach eine extra Ausnahme Weil wenn du Ausnahmen zockst Dann kannst du dich auch gleich lassen Das ist ja dein Schwachsinn Nichts nur durchziehen Und wie gesagt Auf das Let's Play zu beenden Wenn ich feile, ja Also nicht im Sinne Dass man in Ohnmacht geht Man Ja, kann ich nicht fliehen Ist mir egal Kannst du gerne machen Kriegst sowieso noch einen Döner Witz auf der Fresse Nee, und da Ich bin mir wirklich noch nicht so Hundertprozentig schlüssig Äh, ob ich da Würde ich die Moral herfür Aufbringe Weil, oah Thunderblitzt Einmal mit Paralyse Ringeschmissen Geil, episch Was machst du jetzt hier Oh, Konfuzio-Streich Ist ja die klassische Nachthara-Kombi Verhindern, dass er flieht Und dann verwirren Die finde ich aber Voll nutzlos Die Kombi Weil, Verwirrung hält Ja, das ist für 50% Und dann muss da Zwei Runden Fürballern Und hat am Ende Immer noch nicht eingegriffen Ja, wenn ich jetzt Durch die Verwirrung durchkomme Ist das schon dauernd What the fuck It's pretty fail Und so Aber ich hau mich selber Ja, dann hat er natürlich Genau den Effekt erzielt Den er haben wollte Du alter Pottsau Und da kommt ein Bist Das ist natürlich geil Nom 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 Ja, der macht natürlich Kaum Schaden 26 Kp Das kannst du dir Sonst wo in Poppel stecken De, de, de Ich hau dir voll aufs Maul Los, greif doch mal an Dönerblitz Von Donau Weil er Du fahrst Dauernd Was? Fokusband Wie fies Ey, du bist ja Mein Jetzt macht er noch Ein bisschen Klub mir Hacktet Nom 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 23 Mit der Margen Ja Also, ihr könnt doch Wer gerne Möhrs noch weiter In die Comments diskutieren Ich lese mir das weiter Gerne durch Ich lese mir Ihr hättet Comment durch Wisst ihr ja Und, äh, von daher Falker Ha, nicht mehr Fort Haha, hast du Hört? BAM Fats BAM 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 Er hat den Schwachpunkt getroffen Und der Ich dachte schon Als ich den Schriftzug gesehen hab Schon wieder Fokus gehört Weil, das kann die Hier immer noch mit Einen KP Immer noch greifen Da bleibt der Einen KP Einfach stehen Das ist wie Ausdauer Voll Ätzend Also, wie gesagt Ich lausche Gern in euren Comments Hab immer noch Bitte Vorschläge offen Wenn dann, wie gesagt Und wir überlegen Ob ich dann wirklich Die dritte Generation Per Randomizer Naslock Zocke Vielleicht nur Saphir oder so Normal Das könnte man auch Noch machen Als Normal Aber so ein So ein Wirklich so ein Richtig Wie ihr das Erklärt habt So ein NFE Oder ein Low Also ein NFE Heißt wirklich Aber Nicht voll Entwickelte Pokémon Da kann man Aber die Gut benutzen Oder man Nimmt Wurde Die Schlechte Pokémon Wo man Da mit Carpador Kämpfen muss Und Raupi Ich sagte So hat Macht doch Kein Spaß Vor allem Weil Dennis Hat das Problem Da muss er Einfach nur Überlevelt sein Das hat ja Nicht mehr Mit Herausforderungen Zu tun Boah Volltreffer Sehr effektiv Oh Das ist ein K.O. Leute Wieder mal Kein Continuum Bekommen Da Normalen Blizzard Hätte ich Eventuell Noch überlebt Obwohl auch Hier schon Echt extrem Mächtig Ist ja Volle 120 Attacke Ist ja Wie Donner Oder Feuersturm Oder Hydro Pumpe Oder Solarstrahl Oder ich glaube Himmelsfiger Hat nicht 120 Oder 140 Aber gut Ich verleg mich Jetzt nicht dran Auf Pop Ich würde sagen Ja Chirox Du machst das mal Machst ja lange nicht Chirox Mit deinem Schlüsselschwert Hier Müsst du da mal Rausholen Chirox ist episch Ich mag Chirox Ist voll cool Aber ich mag Auch Sichlo Ich war zum Ne Oder Echt Der abgesagt Heißt Der sich stirbt Instant Mit Ah nee Das ist Abgangsbund Hier abgesagt Ist ja Noch drei Runden Ja Das bringt Natürlich Mir Jetzt überhaupt Nichts Ihr Eventuell Mal sehen Ich werde Auf jeden Fall Jetzt Zwungen Seien Auszuwechseln Im Fall Der Fälle Ist ja Dann sollte Nur Horrorblick Machen Weil Dann Wirkt Natürlich Total Am Arsch Aber Iben Ist Egal Weil Er Hat Ja Es So 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 Da Ja Ich Glaub Das war Mir Klar Dass Jetzt Dass Ein Rosana Abfordert Nee Nicht Gehen So Boah Es Gern Ist ja Einfach Sich Vom Gehen Zurück Zuhalten Echt Übel Abgesagt Steht Bei Drei Schmau Ähm Nee Also Wie gesagt Ich werde Comments Posten Und NfE Wissen Ich Ist ja Nicht Dass Ich Mich Der Herausforderung Nicht Gerne Mal Stellen Wurde Aber Ich Find Es Einfach Wie Affig Denn Da Muss Er Nur Überlevel Oh Shit Jetzt Hat er Mich Genau Da Wo Ich Haben Wollte Ja Das Natürlich Bullshit Jetzt Hat Er Und Benutzt Überreste Der Drecksvieh Willst du mich Fuck Kohlen Stafette Funktioniert Eigentlich Stafette In dem Fall Für die Physik Gar nicht Ehrlich gesagt Habt ihr noch nie Ausprobiert Stafette Wenn Horrorblick Aktiviert Ist Aber Oh Schwachpunkt Getroffen Und Da geht Stay Down Also Scheißegal Dass Ich Gehorrorblick Wurde Alle drei Pokémon Sind Down Es Ist Vorbei Weiß Vielleicht Lass Ich Mich Echt Mal Bereitschlagen Aber Da Muss Ja Wirklich Werde Ich Mir Vorstelle Low An Ne Dann Biss Dann Irmache Pokémon Die Sollen Nicht So Gut Sein Welche Sind Das Da Hingestellt Da Könnte Man Wirklich Das Das eine gute Erfahrung für mich. Ja, gut. Meiser Keno. Den, die hatten wir schon mal. Hat eine echte Action-Office-Fress-De-Box. Egal, wenn wir mit Stahl auch nehmen wollen. Cool Dufte und so. So, und genau, hier werde ich jetzt wieder schön saven. Moment, ich muss mal hier mein Tastaturstück vorziehen und dann einmal switchen wir auf E2. Zwei Minispiele habe ich gekriegt, will ich erfüllen. Und zwar einmal, ja, ganz trolle LOL, da wollte jemand hier Golbalds Dingsen, ne? Golbalds Flatterer. Ich sage, weil, weil, ich glaube, die Personaler von dem Kommentar, die wollte einfach, dass ich versage. Tja, das werden wir mal sehen. Das finden wir noch raus. Aber ich habe auch nicht mal Fang das Ei bekommen. Ja, ich muss wieder mal ein bisschen mir die Hände in die Hose stecken. Richtig tief an die Eier grabschen und so. Ne. Spaß bei, äh. Mein PC rödelt sich schon wieder eben zurecht hier. Alter Rödel, wichser du. So, fang die Eier, ihr kennt die Geschichte, er drückt da, Knöpfchen. Ich hoffe, ich bin überhaupt jetzt noch hier, ist jetzt um halb zwei und nachts, ne? Ich hoffe, ich bin noch wach genug, sonst landet das Ei am Bug. Mann, das gibt doch nur Matsch. Ein Eiersalat. Oder auch mal ein Spiegelei, oder irgendein Brei am Boden, Mann, du alter Hoden. Dafür wird man dich doch Ende nicht wirklich loben. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Ich fang das Ei. Ich fang das Ei. Oh! Ein wollte mal. Oh mein Gott, das wär echt knapp. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Nee, oder mal einen Frosch-Schenkel. Uah, fuck, jetzt hat's mir erwischt. Voll ins Netz, da ging mir ein Volto-Ball rein. Du gemeines, fieses Schwein. Fies. Aber gut, ihr siegt. Schon wieder voll die Gesangseilage. Macht einfach Spaß, als Zinke. Ich weiß gar nicht, ich finde das so... Macht einfach Spaß. Oh so, Spiel verlassen. So, jetzt hier, was? Sieg soll versagen. Werden wir mal sehen. So weit kommt's noch hier, ne? Golboni, Golboni. Ja, frisch gebohnt, hoffentlich. Die Flügel sind frisch gebohnt, deswegen glänzen wir so. Ist wie so ein frisch gewachsendes Auto. Alles einmal aus Schmerzgeheim. Voll auf die Fresse, ihr kriegt hier. So, ihr macht mal euer Ding nach vorne. Ich bleib hier hinten, ich bin das Schlusslicht am Ende. Weg der letzten hier. Ihr verliert mal eure Herzen, Leute. Ich steh auf die Opfer, die ihr hier abgibt. Kommt schon, Mann, gib doch mal Herzen. Ich will euch doch keine Schmerzen. Oh, Alter. Gefrisselt. Halt, meins. Oh, das sind Herzen. Bullshit. Bullshit, noch mehr Herzen. Geil. Oh, geil, geil, geil. Frist. Gefrisselt. Oh, geil, rot. Mann, aufrisseln. Mann, rot muss das aber verlieren. Ja, ja, geil. Oleg muss einfach nur mein Herzen gewinnen. Puh. Huah. Mein, nein. Shit, Alter. Bullshit. Mann, ich brauche noch ein Herz. Ich brauche noch ein Herz. Hm, scheiße, wir haben zu dritt gewonnen. Aber ich habe nicht versagt. Nein, ich habe nicht versagt. Und um es zu zeigen, zocke ich es nochmal. Ich bin noch, sie ist geil. So, gleich wieder hier in die Ecke. In die Ecke, Besen, Besen. Ich setze mich auf den Stiel. Da war es gewesen. Frisseln. Geil. Schocktherapie. Frisseln. Ja, pff. Pff. Erstmal notgeil. Richtig schön in jedem Magnetilorin. Gleich sieht die HP auf 0. Fliegt trotzdem noch. Scheißegal. Oh, geil. Meins. Ich nehme es, danke. Ich nehme doch die Herzen gerne. Ich habe sie doch einfach gerne. Gebt mir noch mehr. So, jetzt bleibe ich hier schön hinten, ja. Nichts hier mit Spielereien und so. Ja, hier, hier. Meine Tilos, ey. Könnt mir doch mal. Pah. Nö. Den gebe ich mir nicht. Das mache doch ich hier nicht. Oh mein Gott. Da ist ein Herz, da ist ein Herz, da ist ein Herz. Ich bin ein Herzgeil, Mann. Boah, gleich auf die Fresse gekriegt. Mann, Scheiße. Ey, du Pisser. Deine Mutter. Oh, Hilfe. Boah, jetzt muss ich aber hier eingreifen. Puhuah. Grün muss echt mal abgefrisselt werden, Alter. Ja, geil. Oh, jetzt hat rot so viele. Mann, Shit, Alter. Ihr blöden Wichser, Alter. Ihr seid solche Hürensöhne. Oh, Mist, Alter. Verdammt. Okay, ich hab doch versagt. Gut, ne, Weg mit. Oh, guck mal, Pikachu war echt so beleidigt. Oh, jetzt freut er sie wieder. So. Haben wir das auch erledigt. Hab ich ja versagt, wie ihr plant. Aber Schanera, dafür skill ich wie E. Huch, jetzt bin ich ja ausgerutscht. Egal. Leute, wir sehen uns wieder im nächsten Mal zu den nächsten zwei Battles. Und ciao, bis dann wieder mal. Macht's gut. Hau da rein. Tschüssi, Kursi. Und, äh, ciao. Ja, und lasst weiter in den Comments hier rocken wegen der Geschichte. Ich bin ja gespannt, was am Ende rauskommt. Weiß ich. Irgendwie ist das auch doof, wenn man dann, erzähl ich mal jetzt noch schnell, wenn da zwei sehen, wenn da zwei siehst, die sagen, äh, nee, normal, ist besser. Und ich seh ja nicht, das sind die zwei mir dann böse, wenn ich's denn doch mache. Aber allen recht machen geht ja auch nicht, ne. Ist ja auch doof. Irgendwie. Ach, man, steht da als Let's Play immer so ein Zwiespalt. Das ist doof. Ah, da you take, äh, band in part. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann wieder mal. Ja, macht's gut. Hau da rein. Tschüssi, Kursi. Und, äh, ciao.